Die Linke kämpft dafür, dass dein Leben besser wird. Egal ob du eine gute Arbeit hast oder einen miesen Job machen musst, egal ob du aufgegeben hast, eine Stelle zu finden oder bereits in Rente bist, die Linke sorgt dafür, dass das Land gerechter wird und du profitierst davon, denn du verdienst mehr. Es geht darum, mehr Zeit zur eigenen Verfügung zu haben. Für Kinder, für Freunde, für die Selbstverwirklichung, für Kultur, um die Welt kennenzulernen, aber auch um sie zu verändern. Politikwechsel heißt Wiederherstellung des Sozialstaates, Abrüstung und keine neuen Kriegsabenteuer. Das heißt doch Politikwechsel. Die Linke wird sich nie mit einer Politik abfinden, die tote Kinder an Strände spült, liebe Genossinnen und Genossen. Wer etwas Verstand besitzt, für den muss es das wichtigste Ziel sein, die AfD aus den Landtagen und aus dem Bundestag herauszuhalten. Es bleibt dabei, die teuersten Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge, liebe Genossinnen und Genossen. Es geht darum, Mut zu machen, dass sich hierzulande und in Europa etwas Grundlegendes ändern kann. Es geht auch darum, Lust zu wecken auf eine bessere Gesellschaft. Es geht auch darum, der gesellschaftlichen Fantasie Futter zu geben, wohin die Reise in diesem Lande auch gehen könnte. Mit einer solchen Millionärsteuer würde sich die Allgemeinheit das Geld, was alle gemeinsam erarbeitet haben, endlich mal wieder zurückholen von diesen privaten Konten, wo es sich jetzt stapelt. Und sinnvolle Dinge könnten wir damit machen. Gute Bildung, gute Gesundheit, gute Pflege. Immer die gleiche Frage. Regierungskurs oder Oppositionskurs? Und ich sage, da gibt es eine ganz klare Antwort. Erfolgskurs, liebe Genossinnen und Genossen, das ist unser Weg. Vielen Dank.